Mama? Schätzchen! Nein! Meine Freundin Conny kommt endlich ins Kino. Weißt du was? Wir verreisen jetzt. Mau musst du hier lassen, Conny. Man darf keine Tiere mitnehmen. Was? Ich werde dich so vermissen. Tschüss, Mau. Zusammen mit ihren Freunden geht sie zum ersten Mal auf große Reise. Wie schön! Da darf einer natürlich nicht fehlen. Ist alles in Ordnung? Du siehst aus, als würdest du einen Geist sehen. Dann bringen sie ihn bestimmt sofort ins Tierheim. Wir müssen ihn hier rausholen. Heute Nacht. Freut euch auf Connys Kino-Abenteuer mit Kater Mau. Oh, ist ja seltsam. Hast du das gehört? Was war das? Dafür hat man Freunde. Was würde ich nur ohne euch beide machen? Meine Freundin Conny. Geheimnis um Kater Mau. Dem nächsten Kino. Dem nächsten Kino.